Frauen ab 35 bekommen weniger Krebsvorsorge oder aber auch die Kassen sparen bei Frauen ab 35. Hast du sicherlich bei deiner Gyn auch schon mitbekommen, wenn du über 35 bist, ändert sich bei der Früherkennung etwas. Du sollst jetzt tatsächlich nur noch alle drei Jahre zur Untersuchung kommen. Stimmt das? Was ist dran? Wie ist die Datenlage? Meine persönliche Meinung, Vor- und Nachteile kriegst du alles jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Dr. Medconzini-Wagner, ich bin Frauenarzt und mit diesem Kanal möchte ich dir helfen, dir selbst besser helfen zu können, indem ich dir mein Fachwissen einfach verständlich und kurz schildere. Super Sache, sagst du? Dann lass es mich doch einfach wissen mit einem kleinen Abo. Das Cervixcarcinom oder auch Gebärmutterhalskrebs ist immer noch die zweithäufigste tumorbedingte Todesursache bei der Frau. Also nicht ganz unrelevant, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass 500.000 Frauen pro Jahr daran erkranken und 350.000 Frauen pro Jahr daran sterben. Also macht es ja Sinn, das Ganze früh erkennen zu wollen und da kommen wir jetzt ins Spiel, die sogenannte Krebsvorsorge. Das müssen wir gleich mal vorweg sagen, das Wort Krebsvorsorge ist einfach komplett bescheuert, denn wir können Krebs nicht vorsorgen. Wir können ihn früh erkennen, um ihn möglichst gut behandeln zu können, weshalb die Krebsvorsorge, die wir alle im Munde haben, was auch kein Problem ist, eigentlich Krebsfrüherkennung heißen sollte. Und wenn du schon ein paar Jährchen zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin gehst, wird es dir wahrscheinlich auch schon mal über die Lippen gekommen sein. Der sogenannte Pappabstrich wird gemacht, ein Abstrich vom Gebärmutterhals und der war doch früher immer jährlich. Ich bin immer jedes Jahr zu meiner Gynäkologin gegangen und ich habe immer einen Abstrich bekommen. Und auf einmal ist das Jahr 2020 eingetreten und dir wird gesagt, vorne an der Rezeption schon, ja, nee, wir machen jetzt nur noch alle drei Jahre einen Abstrich. Dafür aber einen kombinierten Abstrich mit dem HPV-Test zusammen. Und da sind viele Kinnladen runtergefallen, sowohl bei den Gynäkologen als auch natürlich bei den Patientinnen und Patienten. Aber nochmal ganz kurz Pappabstrich, was ist das denn genau? Papp ist die Abkürzung für Papa Nikolau, das ist ein Mensch, der eine tolle Färbung entdeckt hat, wo man unter dem Mikroskop eben entartete Zellen vom Gebärmutterhals gut erkennen kann. Deswegen wird das Ganze noch Pappabstrich genannt. Und das wird auch immer noch gemacht, aber jetzt bei Frauen Ü35 eben nur noch alle drei Jahre und dann als sogenannter kombinierter Test mit dem HPV-Test zusammen. HPV wird im Begriff sein Humanes Papillomavirus. Habe ich hier auch schon diverse Dinge drüber erzählt. Gibt es eine Impfung? Und Frauen zwischen 20 und dem 34. Lebensjahr bekommen auch jährlich diesen Pappabstrich, wie sie es schon jahrzehntelang kannten. Aber sobald du eine 35 vor deinem Lebensjahr stehen hast, ändert sich das Ganze. Was genau ändert sich für dich? Im Grunde ändert sich nichts. Du sitzt auf diesem sehr ungemütigen Stuhl, musst das einmal über dich oder darfst das einmal über dich ergehen lassen und es wird ganz normaler Abstrich gemacht. Vielleicht benutzt deine Gynäkologin, deine Gynäkologe zwei Abstrich-Tüpfelchen statt nur einem. Aber es gibt auch Abstrich-Tüpfelchen, wo man nur einmal eben Abstrich nehmen muss und das Ganze dann eintütet. Das geht ins Labor. Und anstatt, dass dann 1, 2, 3, 4, 5 Wochen später ein Pappabstrichergebnis zurückkommt, kommt ein Pappabstrichergebnis zurück. Und ein HPV-Testergebnis, ob du HPV-positiv oder negativ bist. Und daraus ist die Konsequenz, wie die Fondsrauge dann quasi weitergeht. Auch dazu habe ich hier schon ein Video gemacht, was bedeuten die einzelnen Pappabstriche und HPV-Ergebnisse dann für dich im weiteren Verlauf. Und genau das passiert eben dann nur noch alle drei Jahre. Mal angenommen, du hast jetzt ein super Papp-Ergebnis, ein Papp1. HPV ist negativ. Dann bedeutet das für dich, dass du erst in drei Jahren wieder genau diesen Abstrich bekommst. Da ist der Aufstrei sehr, sehr groß gewesen. Nicht nur bei euch, sondern eben auch bei uns. Was passiert denn in den Zwischenjahren? Muss ich da gar nicht mehr zur Vorsorge? So war nämlich so ein bisschen der mediale Wortlaut. Okay, Frauen ab 35 gehen also weniger zur Vorsorge. Das stimmt eben nicht. Du kommst weiterhin zur jährlichen Vorsorge. Es wird halt nur kein Abstrich gemacht, wenn es keine Auffälligkeiten gibt. Dann fragst du dich zu Recht, was mache ich denn dann da, wenn ich da jetzt eh keinen Abstrich mehr bekomme? Deswegen komme ich ja dahin. Aber in den meisten Fällen gibt es natürlich erstens Dinge zu besprechen. Vielleicht ist in einem Jahr was passiert. Dein Zyklus macht irgendwie Mucken oder du hast Schmerzen etc. Zweitens, man bekommt natürlich trotzdem eine gynäkologische Untersuchung und kann natürlich außen sowie innen auch Veränderungen sehen. Drittens gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn man nur einmal pro Jahr kommt, da auch noch vielleicht eine Selbstzahlerleistung wahrzunehmen. Apropos, wenn ihr dazu mal ein Video wollt, was macht denn eigentlich Sinn? Ab welchem Alter? Was gibt es da eigentlich? Mal so ganz ehrlichen Talk eines Gynäkologen dürft ihr es mir gerne in die Kommentare mal reinschreiben. Dann kann ich dazu vielleicht auch mal ein Video machen. Und viertens dürfen wir nicht vergessen, die Brust wird ja weiterhin auch untersucht. Also Brustkrebsfrüherkennung ist eben auch ganz, ganz wichtig. Also ihr kommt weiter jährlich. Man bekommt nur alle drei Jahre einen Abstrich. Meine persönliche Meinung zu dem ganzen Thema, bevor du jetzt hier gleich aufschreist und denkst, was ist das denn für ein Schwachsinn? Werde ich dir gleich auch noch schildern. Ganz kurz noch wollen wir mal auftröseln, warum gibt es überhaupt Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung? Was sind die Vor- und Nachteile? Früherkennung lässt ja schon so einen Vorteil vermuten. Wenn ich etwas früh erkenne, dann kann ich es auch viel besser behandeln. Ich spare mir also diverse große OPs. Ich spare mir vielleicht sogar eine Chemotherapie. Ich habe bessere Heilungschancen. Und natürlich muss man auch wissen, dass so ein Krebs auch nicht über Nacht entsteht, sondern Jahrzehnte braucht. Bedeutet, wenn man regelmäßig zur Früherkennung geht, hat man in den meisten Fällen die Vorstufen schon ganz, ganz früh entdeckt. Und diese Vorstufen kann man entsprechend behandeln, entfernen. Und es kommt nie zu einer Krebserkrankung. Unter uns, es gibt Länder auf dieser Welt, die, was die HPV-Impfung angeht, viel besser aufgestellt sind als unsereins. Bei uns gehen die Zahlen bei den Kindern wieder runter. Das heißt, wir impfen unsere Kinder weniger. Andere Länder machen das zum Beispiel in einem Schulprogramm, sodass es dort kaum noch Gebärmutterhalskrebsfälle gibt. Diese Mädchen, mittlerweile fast Frauen, müssen tatsächlich irgendwann gar keinen Abstrich mehr über sich ergehen lassen, weil der Gebärmutterhalskrebs dort fast ausgestorben ist aufgrund der Impfung, Impfung, die, und das sage ich wiederholt und sehr, sehr gerne, gegen eine mögliche Krebserkrankung wirkt. Das ist unique, das ist einmalig und gibt es so keine andere Impfung, die sowas kann. Was sind Nachteile einer solchen Früherkennung? Zum Beispiel falsch positive Ergebnisse. Und da sage ich immer gerne meinen Patienten im Leben einer Frau, kommt es sicherlich mal vor, dass ein auffälliger Abstrich entdeckt wird. Und dann ist die Sorge und die Ängste sind natürlich sehr groß, auch wenn wir versuchen zu beruhigen und sagen, zu 90 Prozent geht das Ganze wieder weg. Man hat mit Kontrollen zu tun, mit Kontrollabstrichen, muss öfter dann zur Gynäkologin und zum Gynäkologen. Und das macht natürlich auch mental etwas, ohne dass diese Veränderung in irgendeiner Form vielleicht eine Konsequenz gehabt hätte. Einfach Pech gehabt, gerade auf dem Stuhl gesessen, als eine leichte Entzündung dort war. Vielleicht auch eine leichte HPV-Infektion, ohne dass es eine Konsequenz geben würde für die nächsten Jahre. Aber das ist vielleicht so ein bisschen auf der Nachteilseite zu listen. So, jetzt kommen wir langsam zu dem Thema, nur noch alle drei Jahre ist das gut schlecht. Was sind eigentlich jetzt die Gründe dahinter gewesen? Irgendjemand am runden Tisch muss sich ja, wahrscheinlich meistens irgendwelche Männer, müssen sich überlegt haben, joa, das ist doch jetzt eine tolle Sache. Wir schicken die Frauen nur noch alle drei Jahre zur Vorsorge. Das hat ja ein Geschmäckle. Das hat das Geschmäckle, dass man da irgendwie Geld sparen möchte und das auf Kosten von Gesundheit. Und dieses Geschmäckle, ja, das hat einen bitteren Beigeschmack. Die Gründe, die offiziellen Gründe, ich zitiere, sind folgende. Erstens, haben wir schon genannt, Gebärmutterhalskrebs entsteht nicht über Nacht, sondern braucht Jahrzehnte. Das heißt, wir beobachten quasi dieses langsame Voranschreiten extrem überdimensional, wenn wir jährlich darauf screenen. Weshalb wir gesagt haben, Frauen Ü35, die langsam quasi aus dem Risikoklientel rausrutschen, brauchen nur noch alle drei Jahre diese Krebsfrüherkennung. Klammer auf. Tatsächlich zeigen Studien, dass vielleicht sogar alle fünf Jahre reichen würden, was aber einen riesigen, riesigen Aufschrei gegeben hätte, weshalb man das nicht so durchgezogen hat. Klammer zu. Zweiter Punkt. Die Infektionsrate mit HPV und das Risiko an HPV zu erkranken ist mit 30 am höchsten und sinkt dann wieder ab, wie ich gerade schon erwähnt habe. Das liegt natürlich daran, dass wir irgendwann mit 17, 18, 19, meistens auch schon früher, sexuell aktiv werden und uns dann entsprechend anstecken mit HPV, wenn wir nicht geimpft sind. Und ja, die Kommentare werden kommen. Natürlich kann man sich trotzdem HPV zuziehen, irgendein Stamm, den man vielleicht noch nicht in der Impfung drin hat, auch wenn man geimpft ist. Das ist ja außer Frage, denn keine Impfung schützt zu 100 Prozent, aber eben zu über 90 Prozent. Zweiter Punkt. Warum haben wir HPV-Tests überhaupt eingeführt? Erstens sind diese HPV-Tests unglaublich spezifisch und sensitiv. Sie sind also sehr genau. Wenn der Test sagt, hier ist HPV, dann ist es zu einer sehr, sehr, sehr hohen Prozentwahrscheinlichkeit auch ein richtiges Ergebnis, genauso wie bei den negativen Ergebnissen. Und wir haben bei nahezu 100 Prozent der Gebärmutterhalskrebsfälle HPV als beteiligter Ursache. Also wissen wir auch, ohne HPV-Nachweis gibt es eigentlich keine Entartung im Sinne von Krebserkrankungen. Bedeutet auch, dass der Pappabstrich im Grunde überfällig ist. Und das zeigen auch Studien. Nichtsdestotrotz haben diese Menschen an diesem runden Tisch gesagt, naja, wir wollen trotzdem das Zellbild als Pappabstrich beurteilen, falls es da auch andere Veränderungen gibt. Aber unter uns, beziehungsweise unter den Studien kann man sagen, der HPV-Nachweis, ja, nein, ist eigentlich der wichtigere. Und dritter Punkt, warum so eine Änderung gemacht wurde. Wir wollen natürlich vermeiden, dass wir jährlich gucken und irgendwann das Pech haben, ich habe es gerade erwähnt, dass da mal eine Veränderung ist, die überhaupt keine Konsequenz gehabt hätte. Also haben sich diese Menschen am runden Tisch gedacht, ja, dann sparen wir uns doch diese Behandlung, sparen wir den Frau diese Behandlung, vielleicht Operationen, vielleicht auch Medikamente, um eine Veränderung am Gebärmutterhals zu eradizieren, die überhaupt keine Konsequenz gehabt hätte. Auch hier hat man natürlich im Faden Beigeschmack, okay, wir wollen irgendwie Behandlung und Medikamente einsparen und gucken dann erstmal nach drei Jahren, ob da wirklich was passiert ist. Und da bin ich ganz bei euch, das hat ein gewisses Geschmäckle. Aber so sind die offiziellen Argumentationen. So, offizielle kritische Punkte, bevor ich zu meiner Meinung komme, sind natürlich die Verunsicherung seitens der Patientin. Ich weiß gar nicht, wie viele Diskussionen wir, also ich als Gynäkologe in der Praxis geführt habe, Kolleginnen und Kollegen sicherlich auch, warum das Intervall jetzt so lange ist, was sie in der Zwischenzeit machen, ob das sinnvoll ist, ob man als Selbstzahlerleistung vielleicht doch jährlich einen Pappabstrich machen sollte. Wir haben extrem viel diskutiert und tun es immer noch. Das kostet extrem viel Zeit, weil wir möchten uns natürlich die Zeit auch irgendwie nehmen, um euch da aufzuklären. Viele haben gar nichts mitbekommen von dieser Änderung, obwohl die Krankenhassen zugesichert haben, ihre Klienten und Klientinnen zu informieren über diese Veränderung ist das entweder nicht passiert oder der Brief ist im Müll gelandet, sodass die ganze Aufklärungslast jetzt quasi bei den Gyns stecken, die tatsächlich, da habe ich auch schon drüber gesprochen, auch nicht so viel Zeit haben und das auch gar nicht bezahlt bekommen, diese Zeit. Also das ist auch schon mal ein Geschmäckle, was natürlich negativ aufgefallen ist. Und die Verunsicherungen seitens der Patienten sind natürlich extrem groß, dass man jetzt irgendwas in der Zwischenzeit auch verpassen könnte. Dann überlegen wir uns natürlich auch in der Praxis, kriegen wir es oft mit, da wird mal ein Termin verbaselt oder dann ist er krankt, dann soll man einen Folgetermin bekommen, aber die Praxen sind alle voll, man kriegt also erst ein Jahr später einen neuen Termin. Also sind aus den drei Jahren vielleicht vier geworden oder sogar fünf. Also dieses Zeitintervall, auch bei verpassten, versäumten Terminen, ist auf einmal extrem lang. Anstatt, ich habe mal einen Termin verpasst, bin aber in zwei Jahren wieder da, sind es auf einmal vier oder fünf Jahre. Weiterer offizieller Kritikpunkt, Kosten, Nutzen. Ja, klar, so ein HPV-Test ist in der Summe schon teurer als ein Pappabstrich, aber dadurch, dass wir die Intervalle verlängert haben, haben wir natürlich weniger Untersuchungen, weshalb hier wahrscheinlich doch auch Geld eingespart wird. Und hier sind sich natürlich nicht alle so ganz einig, steckt hier irgendwie ein Sparplan dahinter oder ist hier wirklich die Gesundheit der Frauen im Fokus? Da könnt ihr euch selber mal eure Gedanken machen. Was sagen eigentlich die Studien dazu? Man ist ja irgendwie auf den Trichter gekommen, mit dem HPV-Test vermehrt zu arbeiten und da gibt es tatsächlich sehr valide und gute Studien. Allen voran die Athena-Studie aus dem Jahre 2011, die gezeigt hat, dass der HPV-Test effektiver ist als der jährliche Pappabstrich alleine. Also hinter diesen Überlegungen steckt schon Evidenz. Die Frage ist dann, wie kommuniziere ich das den Patientinnen und Patienten und vor allem auch den Günz und wie kann ich hier auch die Informationen bereitstellen und nicht die Sorgen oder die Ängste schüren. Und das ist alles ziemlich schief gegangen in den letzten vier Jahren, denn genau das Gegenteil ist passiert. Man hat das einfach klammheimlich geändert von einem Tag auf den nächsten. Und ich habe schon erzählt, die ganzen Diskussionen sind natürlich unter uns Günz, aber auch natürlich unter euch hochgekocht. So, dann mal zu meiner persönlichen Meinung als Gynäkologe. Fest steht, wer regelmäßig zur Früherkennung geht, einmal pro Jahr, hat auf jeden Fall sein Risiko an Gebärmutterhalskrebs in diesem Falle zu erkranken, wahnsinnig minimiert. Fest steht auch, wenn ich jetzt bei einer Patientin alle drei Monate, sage ich mal, so einen Pappabstrich machen würde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal ein auffälliges Ergebnis rauskommt, relativ hoch. Weshalb eine Überdiagnostik natürlich auch nicht wünschenswert ist. Auf der anderen Seite waren diese jährlichen Pappabstriche auch routiniert, in Patientenköpfen verankert und auch bei uns Günz ebenso verankert. Und es gibt immer einen gewissen Grad an Sicherheit, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ja ein gutes Ergebnis rauskommt, sehr, sehr, sehr viel höher ist, als dass mal eine Auffälligkeit dabei ist. Dagegenüber steht jetzt die Verunsicherung, wenn man nur noch alle drei Jahre den Abstrich bekommt und dann da sitzt im dritten Jahr und sagt, hoffentlich ist in den letzten drei Jahren nichts passiert. Und wir wissen auch, und das habe ich erwähnt, der Impfschutz, auch wenn du HPV geimpft bist, gibt es eben keine hundertprozentige Sicherheit. Also man wähnt sich da vielleicht auch in der falschen Sicherheit. Wenn man mit 15, 16, 17 damals noch geimpft wurde oder wie jetzt die STIKO-Empfehlung, 9 bis 14 Jahre bei Jungen und Mädchen, dann kann es sein, dass man sagt, oh, ich bin ja geimpft, ich kriege das ja nicht, also muss ich auch nicht zur Vorsorge gehen. Das steht wieder auf der Gegenseite. Genauso, ich habe es erwähnt, mit den langen Intervallen auf einmal, wenn man sagt, ich lasse mal zwei, drei Jahre schludern, ich kriege ja jetzt eh nur noch alle drei Jahre den Abstrich, dass da aus den drei Jahren doch vier oder fünf werden. Dann haben wir noch ein Geschmäckle. Was ist mit den finanziellen Interessen seitens der Krankenkassen und anderer Gremien, die da vielleicht auch Geld einsparen wollen, an einem Punkt, der, wie ich finde, natürlich perfide ist, weil bei der Gesundheit von Menschen sollten wir eben nicht den Gürtel enger schnallen. Und was ist mit den HPV-negativen Displasien? Die ist ja trotzdem auch, wenn sehr, sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Und was ist mit den HPV-negativen Veränderungen und Displasien, also Veränderungen an den Gebärmutterhalszellen, die es ja trotzdem auch gibt, auch wenn sie natürlich sehr, sehr viel seltener sind. Summa summarum wäre ich, wenn ich jetzt eine Frau wäre, also bereit, alle anderthalb Jahre zum Beispiel, mir trotzdem diesen Pappabstrich machen zu lassen, auch wenn er dann 20, 30 Euro kostet, um mich hier in einer gewissen Sicherheit zu wägen. Das ist aber ganz meine persönliche Meinung, natürlich überhaupt keine Empfehlung, aber so wäre mein Vorgehen, weil mir diese alle drei Jahre wahrscheinlich nicht reichen würden als Sicherheitsaspekt, aber jährlich wäre es mir dann auch too much, also würde ich so ein Zwischending finden. Und jetzt kommt das größte Problem, dass diese Entscheidung, die Verantwortung abgewälzt wird auf die Patientin. Die muss ich jetzt überlegen, ja, was mache ich? Habe ich überhaupt die finanziellen Mittel, mir da alle anderthalb Jahre noch so einen Abstrich zu gönnen oder eben nicht? Ich diskutiere das mal mit meiner Gyn. Die Gyns haben aber vielleicht auch alle eine unterschiedliche Meinung, so wie meine Meinung jetzt hier öffentlich ist. Gibt es in den Praxen vielleicht eine ganz andere Meinung? Und so haben wir wieder ein großes Verunsicherungspotenzial, was ein wichtiges Thema betrifft, nämlich Früherkennung. Wenn du andere Früherkennungen mal hören willst, was ist eigentlich mit der Brustkrebsfrüherkennung? Welche Selbstheilerleistungen machen denn in meinen Augen vielleicht Sinn, in welchem Alter, welche nicht? Dann schreib es mir in die Kommentare und vergiss nicht, lass mir ein Abo da und schau nochmal hier die zwei Videos, vielleicht interessiert dich da. Dahingehend auch nochmal was.